hallo leute ich bin es wieder es geht weiter mit mount teapot schon wieder glaube ich ich hasse dieses level ich weiß das schon jetzt okay da bastelt ist und hab die tag hab die tag ja auch mal normal normal wie kann ich war so lange schwimmen er ist und trotzdem kann er so gut stimmen besser als mario wenn ich den besten später sehen wenn ich meine super mario rpg teile hochgeladen habe alle nein nicht alle die teile die ich momentan hochgeladen habe ja er trifft uns nicht nach klar normalerweise hat uns jetzt getroffen aber irgendwie trifft er jetzt nicht okay er explodiert explodiert fängt dich ins knie du kleiner jetzt ist er wieder da okay jetzt kommen explodiert du bist da wieso explodiert du nicht okay so das geht doch auch oder okay das geht auch man okay hier gibt es ein herz das weiß ich scheiße man ich hasse diese südpferdchen okay schwimmen schwimmen okay okay wo komme ich denn hin wenn ich das weitermache weil dieses explodiert voll weit vielleicht sind abkürzungen kann auch sein das dann am besten okay ach seepferdchen nein kein seepferdchen ich habe keinen bock auf seepferdchen irgendwas musst du hier sein oder ach egal hab ich tag okay getötet super und geschafft die leute die leute hier muss ich zugeben er sieht er sieht wirklich aus wie mr team wenn er so kleines oder die muss ich zugeben bitte ich habe ich habe darin geklickt okay ich habe geld bekommen und ich gehe jetzt wieder raus raus mit dir jetzt freust du dich oder gieriger fett sagt die die lied okay wo ist die nächste welt okay die hier der berg sieht auch schon komisch aus okay hab ich tag was ist das denn ach man was ist das für eine flüssigkeit man bestimmt ist es wieder da nein okay 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 so kann man auch weiter kommen super okay das geht auch hab ich tag teil hab ich tag teil ey das ey ach scheiße ich muss da unten gehen aber egal kann immer noch oder okay okay wo bin ich denn jetzt gelandet verdammt müsste die müsste die aber dann ist ein speicherpunkt das mache ich doch gleich mal scheiße ach du scheiße ich dachte er hat mich jetzt gekriegt man was bin ich denn jetzt okay ich bin jetzt wieder irgendwas okay das haben wir jetzt gespeichert ach so das ist dieser ach so raketen war ja raketen war hier er kann dann besser body check machen ja okay ich hoffe dieses let's play gefällt euch auch und ein wort äh äh okay okay ich weiß nicht was das jetzt war aber entschuldigung das war ein pokémon das weiß ich ganz genau dieses komische pokémon wie hieß es nochmal ok ich hasse ich hasse es an ihm dass er so schnell immer klein wird man los du hast so ich muss ganz dagegen schwimmen ok habe ich jetzt geschafft bitte 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 sei es jetzt vorbei ich bitte dich ok ok das war jetzt irgendwie zu leicht aber egal ich hab's geschafft das ist das wichtigste ich muss auch gucken wie viele minuten ich habe wieso ist das so schnell jetzt auf einmal aber egal ich ich gucke mal wie spät ok ich habe noch vier minuten aber ich habe zwölf münzen bitte 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 ich habe geld bekommen super 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 raus mit dir ich will dass du raus gehst ich will dass du raus gehst dankeschön wieso sammelt eigentlich münzen es gibt keinen hintergrund dafür aber ich komme ganz fix voran das merke ich richtig ok kurs nummer neun ok hast du das am wasserfall kann ich hochschwimmen nein kann ich nicht ok ich verstehe dieses level nicht aber egal ich mache es trotzdem mal hm irgendwie ist es bisher alles leicht merkwürdig bestimmt wird es noch schlimmer wird es irgendwann schlimmer was bringen mir eigentlich diese herzen was bringen mir diese herzen ach du denke nicht so viel dass du mich töten kannst äh ach so der maka ist das ok ah shaki die andere version von den ok ok er kann höher springen super hä ok ich bin irgendwie übermächtig jetzt im moment ist das denn ein schlüssel ok ein schlüssel habe ich das hat mir jetzt dieser schlüssel geborgen scheiße das werde ich nie herausfinden doch wenn ich das versuche ach aber ich komme fix voran das merke ich echt bitte 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 jetzt habe ich ach ja du bist traurig jetzt kannst du mal versuchen wenn du willst ja du hast 16 wieder nur ein wenig als davor und raus mit dir oder noch ein versuch bitte 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 ja super 32 super und ist jetzt vorbei mit den chancen ja 32 es geht die 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 bbb bbb betrachten jetzt der letzte boss ja ok aber wievielयt dedication okay ich hab noch eine minute ich bin ich muss ehrlich zugeben ich bin echt weit gekommen ok du bist weg Okay, ich habe irgendwie den getötet Keine Ahnung wie Okay Unter Wasser funktioniert es ja immer best Mr. T Mr. T Okay Ich nehme dich mal mit